Nice. Impostor mit Simi. So, ich lege ein ganz normales Verhalten in den Start, was ich als Crewmate auch so machen würde. So, Münker Fixed Instant. Ciao. Ich glaube, das war Europe, den ich da erwischt habe. Ja, aber es geht doch gut los. Ciao, Rosi. Die fallen ja um wie die Fliegen hier. Mensch, Mensch, Mensch. Hallo. Hallo. Simi, sag mir, dass du ein bisschen schärfst, dass du eine Post rumgebracht hast, der jemand anderes am Wort hat. Ähm, nee. Ich bin aus, äh, nicht Security, aus Electrical raus. Und rechts im Electrical liegt Europe. Das Licht war auch viel zu lange aus dafür, dass es am Anfang der Runde gecoult wurde. Ja. Ja, ich habe zu lange gebraucht. Entschuldigung. Lissi ist Schweizerlaub, finde ich gut. Was? Du bist Fake-Schweizerin, heißt dies. Du bist als Einziger nach rechts gelaufen. Lissi? Ja, ich kam aus O2 und wie du gesehen hast, ist die Tür oben zu gewesen. Also, ich könnte runtergewandelt sein, theoretisch. Aber wer macht das? Das wäre, äh, eine Frage gewesen, tatsächlich. Ähm, ich bin durch noch jemanden da unten durchgelaufen. Wer war denn das? Äh, unterer Ausgang von O2. Ich habe meine Weapon-Stars gemacht. Das war, glaube ich, ich. Dich habe ich erst gesehen oben bei Lichtern. Ja, aber da unten war ich auch. Okay, ich bin halt straight hochgerannt. Und als ich angekommen bin, warst du schon bei Lichtern und die Tür bei Electrical war zu. Wie, sind wir mit zugegangen. Okay. Vielleicht warst du. Keine Ahnung. Andere Frage. Wer mag das, Rosi wieder so früh so umzubringen? Der Impostor. Das ist eine gute Frage. Ja, ich habe die Petition dafür, dass der Medic nächste Runde am Anfang einfach Rosi das Schild gibt. Hat jemand, äh, noch, äh, Info vielleicht zu Mokri oder Rosi? Die waren nicht rechts. Ich war die einzige Person rechts. Ja, nee, ich war die ganze Runde rechts. Mokri habe ich am Anfang auch gesehen. Die war auch, äh, irgendwo unter Electrical. Dann bist du aber erst später da hingelaufen, um mir das. Äh, nee, ich bin am Anfang mit Europe, äh, Mid Bay reingelaufen. Dann ist mir Europe direkt wieder nach links rausgegangen. Ja, dann seid ihr später da hingelaufen, weil Europe ist am Anfang auch nicht nach rechts. Ihr seid beide erst später nach rechts. Du sagst, du bist die einzige Person rechts, willst du es aber festmachen, wer am ganz, ganz, ganz Anfang rechts gelaufen ist. Das ist weird. Ich hab unterm Dropship gestanden und mir angeguckt, wer in welche Richtung läuft. Ihr seid nicht am Anfang nach rechts gelaufen. Ich hab sogar Europe nach links gehen sehen. Also, ich bin direkt rechts gegangen am Anfang. Ihr seid später hin. Nein, ich war nirgendwo anders außer in Mad Bay in dieser Runde. Nirgendwo anders. Ich war unten bei der Weather Note, unter O2. Dann hat Europe aber schon über Storage auf dich gewartet und ich war schon rechts. Warum sagst du das nicht? Ich frag ja extra, wer da noch unten bei O2 war. Weil das Licht aus war und du mich nicht hättest sehen können. Und Europe ist tot, oh mal das. Ja, erst wenn ich da links gelaufen bin, kann ich mich da ja nicht sehen. Ich bin trotzdem durch irgendjemand noch durchgelaufen. Ja, ich. Okay. Sorry, Rosi, du bist mir über den Weg gelaufen. Ich konnte nicht anders. Ich musste diese Chance ergreifen. Ich hab ihr dreckig getan, ja. Ja, aber im Rahmen meiner Rolle ist das ja wohl legitim. Da wurde gekillt. So, ich bin schabt. Da bin ich ja super fast. Hallo. Hallo. Oder bist du krealdrucker? Oder Jester, aber... Was hat er gemacht? Was passiert? Letzte Runde hat er ja gesagt, da unten wäre noch jemand gewesen. Und er hat die ganze Zeit nachgefragt, hat sich keiner gemeldet. Dann habe ich gesagt, dass ich da war. Dann hat er gesagt, hey, warum hast du dich nicht gemeldet? Habe ich gesagt, dass Licht aus war und mich nicht hätte sehen können. Und jetzt habe ich ihn als Scherbe gekillt. Danke, dass ich meinen Tertauk im Hintergrund habe. Ich glaube dir, weil ich hatte sie mir auch so was. Er könnte natürlich auch Jester gewesen sein, theoretisch. Ja. Aber wenn er Jester ist, müssten wir jetzt niemanden wählen. Ja. Umelass, du warst doch die ganze letzte Runde rechts, hast du gesagt. Ja. Warum bist du wieder nach rechts gelaufen? Hä? Ich habe gerade eine Task gemacht, Swipe Card, und habe oben das mit den Temperaturen nicht fertig gemacht. Temperatur, wow, okay. Also bist du erst an Temperatur vorbeigelaufen, hast dann ganz viele andere Tasks mit Bay gemacht. Nee, als es nicht das war, habe ich mich am Bora versteckt. Deine Story ist echt weird. Nee, meine Story ist frei normal. Wer war denn noch links am Anfang? Ich habe übrigens Metzgen. Wer war denn noch links? Ich war links, aber am Schluss bei Weapons. Ja, ja, Weapons ist noch zu weit rechts. Und es kann sehr gut sein, dass einer der Leichen in den Kampf liegt, weil Simi da aus der ungefährenen Richtung kam. Haben wir von Theo irgendwas? Hat Simi überhaupt versucht, Theo zu befragen? Nö, mich hat keiner gefragt. Ich war die ganze Runde eigentlich nur in Medbay und Specimen. Erste Runde? Da war ich Specimen. Äh, nee, ich war am Anfang Medbay und am Ende war ich in Specimen. Also als reported wurde, war ich gerade auf dem Weg zu Lower Decon. Ich habe langsam Angst, dass die Modest ist. Ich habe dich sogar noch gesehen in Lower Decon. Ich war aber literally am Anfang alleine Medbay und dann alleine mit Specimen. Also es ist weird, dass Ome und Theo beide Claimen rechts gewesen zu sein und sich nicht mal gegenseitig gesehen haben. Ja, Licht war aus, die halbe Runde lang. Genau, erstens, es war dunkel. Warum wundert dich sowas? Aber ich habe Bimo noch gesehen in Lower Decon, ganz am Ende, bevor er reported wurde. Vor allem macht das keinen Sinn, weil wenn ich mit Theo Imposter wäre, hätten wir uns gegenseitig gecleart. Nee, nee, ihr seid es nicht beide dann. Es sind ja drei Leute gestorben. Ja, aber dann ist deine Story die, die am meisten kaputt ist. Oh nice, ja, wähl mich raus. Nee. Ich glaube, Bimo ist Chester tatsächlich. Äh, wir müssen aber jetzt jemanden rauswählen, oder? Nicht unbedingt, ich bin... Also ich glaube schon, dass sie mir im Poste weiterstellt. Ich glaube, Drucker ist Officer, also... Hä? Wer wählt Münker? Habe ich nicht auszusehen selber gewählt? Wie kann das denn passieren? Herr Jester. Oh Gott. Null. Wer war denn jetzt Imposter? Ja, ich und Simi. Wow. Ja, ich und Simi. 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 Vielen Dank.